Der Nahbesprechungseffekt kann im Mix Segen, aber auch Fluch sein. Wir schauen uns heute mal genau an, wie du den Nahbesprechungseffekt bei einer Stimm- oder Gesangsaufnahme gezielt herbeiführen kannst oder aber auch vermeiden kannst. Und später zeige ich dir noch im Mix, wie du ihn nachträglich hinzufügen kannst oder, wenn du zu viel davon auf der Aufnahme hast, wie du ihn nachträglich wieder entfernen kannst. Wenn du dich dafür interessierst, dann bist du hier genau richtig. Ich bin Jonas vom Recording-Blog und los geht's mit dem Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording-Blog Adventskalender 2020. Und wie durch Zufall stehe ich hier heute neben einem Mikrofon, nicht irgendeinem Mikrofon, sondern dem Sennheiser MK8, was zufällig auch der Hauptgewinn in unserem Gewinnspiel im Adventskalender 2020 ist. Das heißt, mit einem Kommentar unter diesem oder jedem anderen Video im Adventskalender kannst du dafür sorgen, dass du am Ende des Jahres bei der Endverlosung am 30. Dezember um 20.30 Uhr, dass du da dieses Mikrofon gewinnen kannst. Es ist aber auch sehr praktisch, dass dieses Mikrofon neben mir steht, denn dieses Mikrofon hat eine unterschiedlich einstellbare Richtcharakteristik. Und das wird gleich noch wichtig, denn das Thema ist heute der Nahbesprechungseffekt. Was ist der Nahbesprechungseffekt? Letztendlich ist das Wort für mich schon selbsterklärend. Das heißt, wenn man etwas näher an ein Mikrofon rangeht oder das Mikrofon etwas näher an eine Quelle ranstellt, dann findet ein bestimmter Effekt statt. Und das ist die Überbetonung der unteren Mitten. Damit kann man zum Beispiel bei Instrumenten oder auch bei etwas dünneren Stimmen dafür sorgen, dass diese etwas voluminöser und fetter klingen. Damit kann man diesen Radiosound zum Beispiel hinkriegen, wenn du so eine richtig warme Stimme hörst, zum Beispiel diese richtig geil Werbung. Da ist der Sprecher dann richtig nah am Mikrofon dran gewesen, auch wenn seine Stimme im realen Leben vielleicht gar nicht so fett ist. Dieser Effekt tritt allerdings nur bei zwei Richtcharakteristiken ein, nämlich einmal bei einem Nierenmikrofon, was die meisten Großmembranmikrofonen sind, Mikrofonnähe sind. Zum Beispiel das MK4, der kleine Bruder vom MK8, ist auch fest verdrahtet als Nierencharakteristik. Damit kann man wunderbare Nahbesprechungseffekte herstellen. Oder aber auch bei der Achtercharakteristik. Damit kann man zum Beispiel Gitarren wunderbar aufnehmen. Die Kugelcharakteristik hinsichtlich des Nahbesprechungseffektes ist nahezu komplett unempfindlich. Das heißt, wenn du hier im kompletten Feld aufnimmst, das geht bei diesem Doppelmembranmikrofon, dann hast du keinen Nahbesprechungseffekt. Und ich kann dir das mal kurz zeigen. Ich stelle mal das Mikrofon hier kurz auf Kugelcharakteristik und gehe mal etwas näher ran ans Mikrofon. Dann kannst du schon hören, dass meine Stimme eigentlich normal klingt. Natürlich ist sie jetzt sehr präsent, auch in den unteren Bereichen, aber letztendlich nicht überbetont. Wenn ich jetzt aber hier mal ganz flott umschalte, mal gucken, dass ich das richtig hinkriege, auf Niere, eins, zwei, dann wird meine Stimme deutlich runder unten rum. Ich stehe immer noch mit dem gleichen Abstand vor dem Mikrofon, aber meine Stimme sollte jetzt deutlich tiefer und runder unten rum klingen. Das ist der Nahbesprechungseffekt. Und den kann man steuern, indem man den Sänger oder die Sängerin etwas näher ans Mikrofon stellt oder aber auch etwas weiter weg. Warum sollte man diesen Nahbesprechungseffekt nicht nutzen? Zum Beispiel ist er sehr praktisch bei einer Ballade, bei einer Hörbuchaufnahme oder bei einem Podcast, aber bei einem dichten Popsong zum Beispiel ist es vielleicht nicht ganz so erwünscht, dass der Sänger diese tiefen, mitten Anteile hat und vor allem, wenn die überbetont sind, denn der Nahbesprechungseffekt sorgt durchaus dafür, dass dieser Bereich überbetont wird und dann kriegst du es gerade in einem dichten, fluffigen Popsong nicht mehr hin, die Stimme wirklich als Teil des Mixes darzustellen. Das heißt, du musst untenrum ein kleines bisschen wegfiltern. Das schauen wir uns aber gleich nochmal in der Session an. Wie gesagt, du musst gucken, dass du den Nahbesprechungseffekt gezielt einsetzt und guckst, wofür du die Aufnahme gerade machst. Wie dann Podcast, Hörbuch oder eben eine sehr intime Ballade sind perfekte Kandidaten für eine Aufnahme mit Nahbesprechungseffekt. Beim Popsong würde ich eher dafür sorgen, dass du den Sänger oder die Sängerin ein bisschen mehr Abstand vor das Mikrofon stellst. Bei mir ist das so eine Faustregel, ungefähr 20 Zentimeter. Das ist bei mir der gespreizte Daumen bis zum gespreizten kleinen Finger. Das ist ungefähr der Abstand, den wir einhalten. Und wir machen jetzt einfach mal eine Probeaufnahme und hören uns das Ganze einfach mal an, wie das klingt. Dazu habe ich den Text von der Rhabarber Barbara mal wieder vorbereitet, den ich jetzt mal einlese. Den ersten Teil mit normalem Abstand, 20 Zentimeter vom Mikrofon, natürlich in Niereneinstellung, ja, ist richtig eingestellt, ohne Nahbesprechungseffekt oder mit nicht so starkem Nahbesprechungseffekt. Und dann gehe ich näher ran ans Mikrofon und wir hören mal, wie der Unterschied ist. Gleich in der Session zeige ich dir dann, wie du den Nahbesprechungseffekt entweder hinzufügen kannst oder aber entfernen kannst. Und das auf ganz charmante Weise und kostenlos. Also machen wir erst mal die Aufnahme. Dazu starte ich mal die Aufnahme hier in meinem Logic hier hinten. Und dann gucken wir mal, dass ich den Text hoffentlich fehlerfrei aufs Band kriege. Erster Abstand ungefähr 20 Zentimeter. In einem kleinen Dorf wohnte einst ein Mädchen mit dem Namen Barbara. Barbara war in der ganzen Gegend für ihren ausgezeichneten Rhabarberkuchen bekannt. Weil jeder so gerne Barbaras Rhabarberkuchen aß, nannte man sie Rhabarber-Barbara. Rhabarber-Barbara merkte bald, dass sie mit ihrem Rhabarberkuchen Geld verdienen könnte. Daher eröffnete sie eine Bar, die Rhabarber-Barbara-Bar. Jetzt mit Nahbesprechungseffekt. Natürlich gab es in der Rhabarber-Barbara-Bar bald Stammkunden. Die bekanntesten unter ihnen, drei Barbaren, kamen so oft in die Rhabarber-Barbara-Bar von Rhabarber-Barbara-Barbara-Bar. Ne, jetzt bin ich durcheinander gekommen, machen wir nochmal. Natürlich gab es in der Rhabarber-Barbara-Bar bald Stammkunden. Die bekanntesten unter ihnen, drei Barbaren, kamen so oft in die Rhabarber-Barbara-Bar, um von Rhabarber-Barbara-Bar-Bar-Bar-Kuchen zu essen, dass man sie kurz die Rhabarber-Barbara-Barbara-Baren nannte. Die Rhabarber-Barbara-Barbara-Baren hatten wunderschöne, dichte Bärte. Wenn die Rhabarber-Barbara-Barbara-Baren ihre Rhabarber-Barbara-Barbara-Baren-Bärte pflegen wollten, gingen sie in den, ich höre glaube ich mal an dieser Stelle auf, ne? Wir gehen mal rüber in den Mix und schauen mal, wie sich der Sound verändert, wenn wir den Nahbesprechungseffekt hinzufügen oder wegnehmen. Also, los geht's. So, da sind wir schon in der Session und wie du hier sehen kannst, sind natürlich auch unterschiedliche Pegel im Mikrofon gelandet. Natürlich, wenn wir ein bisschen weiter wegstehen oder wenn ich ein bisschen weiter wegstehe vom Mikrofon, dann kommt natürlich weniger an, wie du hier an der Wellenform sehen kannst, als wenn ich jetzt ein bisschen näher dran stehe. Um das auszugleichen, setze ich hier mal einen Schnitt zwischen den beiden Aufnahmen und hebe die erste, wo wir ein bisschen weiter weggestanden haben, einfach mal ein kleines bisschen an. So nach Auge irgendwie, ungefähr 3, 4 dB sollten da reichen, damit wir da ungefähr, ja, die Peaks sind ein bisschen stärker, aber dass wir da ungefähr in die Range kommen. Hören wir mal kurz im Vergleich einmal mit und einmal, also erst einmal ohne und dann einmal mit Nahbesprechungseffekt. Barbara war in der ganzen Gegend für ihren ausgezeichneten Rhabarberkuchen bekannt. Natürlich gab es in der Rhabarber-Barber-Rhabarber-Balt-Stammkunden. Also das ist schon deutlich, das ist schon auffällig. Wenn man näher dran steht, dann ist diese Überbetonung im unteren Frequenzbereich natürlich schon dramatisch. Die Stimme klingt dichter und wärmer und näher dran und so weiter. Wunderbar also, um eine wirklich sehr intime Atmosphäre zu generieren. Aber wie gesagt, beides hat seinen Einsatzzweck. Jetzt gucken wir aber mal, wenn du deine Stimme mit ein bisschen mehr Nahbesprechungseffekt haben willst, ob man das wohl künstlich generieren kann. Zieh mal einen Loop hier auf und dann können wir mal gucken, dass wir diesen Bereich ein kleines bisschen bearbeiten. Ich könnte zu dem Zweck den normalen Channel EQ, also den Equalizer von Logic nehmen. Ich möchte aber einfach mal den TDR Nova, den kostenlosen TDR Nova nehmen. Und ich erkläre dir auch gleich, wenn wir beim Entfernen sind, warum ich das mache. Denn der hat ein Feature, was ein normaler Equalizer in der DRW nicht hat. Und das gucken wir uns dann nochmal genauer an. Jetzt aber erstmal so viel. Wir gucken mal, ob wir künstlich einen Nahbesprechungseffekt herbeiführen können. Der ist ungefähr, der Nahbesprechungseffekt, die Anhebung, ist ungefähr in dem Bereich 200, 250 Hertz angesiedelt und alles, was da drunter liegt. Mit anderen Worten, wir brauchen einen Low Shelf, den wir benutzen können. Den stelle ich hier mal für das erste Band ein und legen als Centerfrequenz mal ungefähr 200, na, hier ist die Frequenz, hier 250 Hertz fest. Und jetzt heben wir einfach mal mit diesem Band an und gucken mal, was passiert, wie es klingt, ob wir dem wohl nahe kommen. Also dem Effekt, dem Nahbesprechungseffekt. Also, los geht's. In einem kleinen Dorf wohnte einst ein Mädchen mit dem Namen... Warte, ich mach dir noch eben den Analyzer an. Vielleicht kannst du dann besser noch erkennen, welcher Bereich hier auch angehoben wird. In einem kleinen Dorf wohnte einst ein Mädchen mit dem Namen Barbara. Barbara war in der ganzen Gegend für ihren ausgezeichneten Rhabarberkuchen bekannt. Weil jeder so gerne Barbara... Also man muss schon einiges anheben, um dem wirklich nahe zu kommen. Wir machen mal einen AB-Vergleich. In einem kleinen Dorf wohnte einst ein Mädchen mit dem Namen Barbara. Barbara war in der ganzen Gegend für ihren ausgezeichneten Rhabarberkuchen bekannt. Weil jeder so gerne Barbaras Rhabarberkuchen aß, nannte man sie Rhabarberba. Also man kommt dem schon nah. Man merkt aber auch, dass man mit so einem Equalizer da durchaus auch noch weitere Frequenzen anhebt, die vielleicht nicht so ganz erwünscht wären. Man muss also schon ein bisschen basteln, tüfteln und hören. Wir können ja mal den AB-Vergleich machen. Mal gucken, ob ich das hinkriege, den AB-Vergleich zwischen künstlichem und echtem Nahbesprechungseffekt. Dazu spielen wir zunächst einmal den künstlichen ab und dann den echten. Da muss ich ein bisschen umschalten, aber das klappt bestimmt. In einem kleinen Dorf wohnte einst ein Mädchen mit dem Namen Barbara. Natürlich gab es in der Rhabarber Barbara Barbald Stammkunden. Naja, also der natürliche Nahbesprechungseffekt ist dann schon ein bisschen echter und doch ein kleines bisschen dichter noch. Man kann also durchaus Wärme und Nähe hinzufügen bei der ganzen Geschichte, aber vielleicht wäre es dann doch klug, die Aufnahme direkt so zu machen, wie man ja immer sagt. Eine gute Aufnahme, ein guter Mix startet mit einer guten Aufnahme. Alles, was man nicht reparieren muss, ist auf jeden Fall gut aufgehoben. Ich stelle mal den TDR Nova zurück hier, denn wir wollen jetzt mal gucken, ob man den Nahbesprechungseffekt auch nachträglich entfernen kann. Das Prinzip müsste ja dasselbe sein. Also stelle ich jetzt einfach mal hier den Loop auf den ersten Teil ein von unserer Aufnahme mit Nahbesprechungseffekt. Und wenn jetzt die Theorie sich bestätigt, müsste man ja mit einem Absenken dieses Bereiches hier ganz normal wie beim Anheben dann auch dafür sorgen können, dass der Nahbesprechungseffekt abgeschwächt wird und damit nicht so stark in Erscheinung tritt. Gucken wir mal, wie das klingt. Natürlich gab es in der Rhabarber Barbara Barbald Stammkunden. Die bekanntesten unter ihnen, drei Barbaren, kamen so oft in die Rhabarber Barbara Bar von Rhabar... Ja, machen wir mal einen AB-Vergleich. Natürlich gab es in der Rhabarber Barbara Barbald Stammkunden. Die bekanntesten unter ihnen, drei Barbaren, kamen so oft in die Rhabarber Barbara Bar... Ich senke noch ein bisschen mehr, wir haben ja gerade auch 6 dB angehoben. Machen wir nochmal den AB-Vergleich, machen wir mal 4 dB. Natürlich gab es in der Rhabarber Barbara Barbald Stammkunden. Die bekanntesten unter ihnen, drei Barbaren, kamen so oft in die Rhabarber Barbara Bar von Rhabar... Also man kann mit so einem statischen Low Shelf durchaus dafür sorgen, dass der Nahbesprechungseffekt da auch rausgenommen wird. Ich habe aber ja schon gesagt, dass ich hier noch ein Feature hervorheben möchte vom TDR Nova, was ein normaler Equalizer nicht mitbringt und das ist ein dynamischer Equalizer. Ich finde es nämlich mega charmant, wenn man diesen Nahbesprechungseffekt nicht statisch, also konstant rausfiltert, so wie wir das jetzt gemacht haben, sondern dass der so ein bisschen sich orientiert am Material, was reinkommt. Denn wenn man spricht, wenn man beim Einsprechen vor dem Mikro steht, spricht man ja nicht die ganze Zeit mit diesem tiefen Gunst, den man so drin hat, sondern die Stimme springt ja auch und verändert sich in der Tonhöhe. Das heißt, wenn man ein bisschen in der Tonhöhe nach oben geht, dann hat man ja vielleicht nicht so hohe Tieftonanteile und die Stimme kann dann an solchen Stellen mit so einem statischen Equalizer durchaus dünn werden. Gucken wir uns also mal das dynamische Feature vom TDR Nova an, was ich ganz großartig finde, was wirklich toll funktioniert und zu dem Zweck muss ich im Prinzip nur hier auf der rechten Seite, das Band ist ja schon richtig eingestellt, also Low Shelf, dann 250 Hertz und dann gucken wir mal, dass wir hier den Threshold aktivieren. Damit wird die dynamische Komponente vom TDR Nova aktiviert und das sorgt jetzt dafür, wie bei einem Kompressor, dass das Band, was wir jetzt ausgewählt haben, nur dann komprimiert und damit in diesem Frequenzbereich auch leiser gemacht wird, also nur dann, Entschuldigung, ich stolper schon über meine eigene Zunge, nur dann leiser gemacht wird, wenn auch wirklich richtig viel in diesem Frequenzband reinkommt. So ist es richtig. Und das stellen wir jetzt auch mal ein. Wir gucken mal, dass der TDR Nova so ungefähr 3, 4 dB komprimiert und hören uns dann im AB-Vergleich mal an, wie das klingt. Und ich persönlich, das weiß ich jetzt schon, finde das sehr charmant, es klingt sehr natürlich und authentisch und ist deutlich angenehmer am Ohr, wenn man da so den Nahbesprechungseffekt rausnimmt, als wenn man das Ganze mit einem statischen Band macht. Also, nochmal von vorne und jetzt dynamisch. Natürlich gab es in der Rhabarber Barberabarbald Stammkunden. Die bekanntesten unter ihnen, drei Barbaren, kamen so oft in die Rhabarber Barberabar von Rhabarber, Barberas, Rhabarber, nee, jetzt bin ich durcheinander gekommen, machen wir das nochmal von vorne, jetzt im AB-Vergleich. Also, es klingt auf jeden Fall schon mal deutlich natürlicher, finde ich. Gucken wir nochmal von vorne. Hier siehst du, wie das reagiert auf das Material. Wunderbar, man kann also erkennen, dass so ein dynamisches Band dann nochmal deutlich angenehmer und charmanter mit dem Material, was reinkommt, umgeht als so ein festes Band. Der TDR Nova also als Rettungsleiter hier quasi, wenn du deinen Nahbesprechungseffekt raushaben möchtest, als normaler Equalizer, wenn du ihn reinhaben möchtest. Aber es hängt immer auch vom Material ab, was du da zur Verfügung hast. Das heißt, es sind nicht diese festen Frequenzen, die ich hier eingestellt habe, es sind auch nicht die festen Reduktionen, die ich hier eingestellt habe. Du musst selber auf deine Ohren hören und auch das einstellen, was tatsächlich dem Material dann auch zugute kommt und im Mix dann natürlich auch funktioniert. Wir haben ja jetzt hier nur eine isolierte Stimme gehört. Ich hoffe, dass du trotzdem einiges mitnehmen konntest und wir sehen uns dann morgen zu einem weiteren Kläppchen im Adventskalender. Und bis dahin wünsche ich dir vom Guten und das Beste, mach's gut und Yassou!